jaja meine leute herzlich willkommen zu einer neuen let's play von omsi 2 den omnibus auto heute wird zurück in tetau mit dem solaris urbino gn 05 starten wir an das geschehen dann geht das auch los hier so war mit dach einmal normal quatsch 230 mäßigt 53 bitte danke tschüss einmal das gleiche 2 30 danke 2 80 oh bitte heute auch 2 80 los geht die wilde fahrt sieben tank ist ein bisschen knapp aber heute bereichen alles diese kurve ich hasse sie ne gelenk muss kann man es voll vergessen so so Das war's. So, wir schauen mal, ob wir gleich langfahren hier. Ah, er fährt gleich erste Ausfahrt. Sehr gut. Ja, wahrscheinlich, Junge. Was ein Schwachsinn. Mann, ja, ja. Oh, das kotzt doch so an. Dämliches Dreckschild, ey. Dämliches Dreckschild. Ah, ist der scheiß Blinker auch kaputt jetzt hier? Ah, das kotzt doch an, echt. Oh, ist das eine Krücke. Also, der Solo ist ja auf jeden Fall viel, viel besser. So, das ist ja auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, ich könnte ja aussteigen Ich gebe Vollgas, unglaublich Oh, Sattelgrundschule Und Dach, einmal normal, ne? 2,80 bitte Ah, huch Ja, die passt gut Eine Tageskarte 9,30 bitte Äh Jo Ja, die passt gut 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 Ja, die passt Das dämliche Assi Das dämliche Assi Afortz Vielen Dank. 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 Oh, bitteschön. Oh, cedra. Ich habe das Solaris Payvet unten nicht installiert gerade, deswegen sieht die, schau nicht so komisch aus. Ja, ist ja egal. Okay. 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 Oh. Oh, Attacke, gib ihm Ah, fahren wir da links rein dann Die Haltestelle da Wie soll ich da rumkommen Was ist denn das für ein Blödsinn Oh, danke Das ist doch so behämmert Jetzt hat es sogar hier passt Ich bin begeistert Schauberg Kurzläufer Schnellbach Ich bin begeistert 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 Ja, du Stück Dreck, du Stück Dreck Mann Es geht gar nichts mehr Oh, ich hoffe, da stehen jetzt keine Autos Na, herzliche Quatsch, das ist doch auch behämmert hier, ey, ehrlich So, kann man die anheben hier? Alles klar, Display-Helligkeit, na freilich Geht auch nicht Na, fahren wir so rein Jungen, Jungen, Jungen Wenn ihr euch das Video gefallen habt, lasst euren Abo da Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal, machts gut und tschüss